so wir sind am arbeitsplatz und werden jetzt unsere schöne hornet starten gut das müssen wir zuerst machen batterie ein batterie an so an so die batterie ist an jetzt warten wir noch mal ganz kurz bis die beiden hier gestartet sind und weg ist er gut so ab die u an sauerstoff 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 so schluss an jetzt krieg luft der geht auch gleich los cool weg ist er, gut so ab wie es läuft rechtes triebwerk an rechtes triebwerk fährt hoch und dick wird nach vorne geschoben so, die generatoren laufen so, die generatoren laufen nervt nicht so, die bildschirmen sind an radar auf zentball irns auf carrier gut, zweites triebwerk starten linkes triebwerk läuft hoch so, hier haben wir noch viele x können wir kurz resetten x sind weg gut, wir machen kurz mal die haube runter runter dann wird es nicht mehr so laut ja, jetzt ist das schön ruhig hier gut, so, haube ist unten dann machen wir jetzt mal den bit test so müssen wir mal das set suchen hier auf der tastatur so jetzt und intes und intes und da bewegt sich alles wunderbar da habe ich mein bibel bieb so zurück menü hier drauf so und den hier da setze ich mein hat hin so gut formations lichter an positions lichter an so was war noch nachher dieser komische trim reset trim reset trim reset na wo bist du denn ich sehe gar nichts mehr da hinten ist er trim reset gedrückt so was noch jetzt kommt da künstliche horizont der reservekünstliche horizont machen wir auf können wir ein bisschen einstellen jawohl ja so was noch und die skipp brauche ich nicht klappen auf halb taxi und länder lights on so die test mache ich nicht brauche ich nicht will ich nicht tue ich nicht kann da auf operaten so ich glaube wir sind soweit oder gute festziehen schleudersitz scharf machen ja ja dann kann schon losgehen soweit ich das sehe so wir haben hier genug platz um die flügel zu entfalten ich sehe hier kein problem so und die flügel entfalten sich gut gut so so nose wheel steering ist an wir werden da drüben hin fahren so die parkbremse sollten wir noch lösen parkbremse ist gelöst so nose wheel steering high und wir geben etwas gas hier und warum kommen wir nicht vom fleck warum kommen wir nicht vom fleck so da fragen wir doch mal die boden crew ob sie uns die die bremsklätze nicht weg nehmen können so radteile entfernen gut dann können wir jetzt los so high und schon können wir los langsam aber beständig ich so 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 So, wir parken hier. Ich denke, wir müssen das hier erstmal extracten. Extended, also runterfahren damit. Haben wir gemacht. Er verschwindet aus meinem Lichtschein. Und wir können wieder ein bisschen nach vorne, um in den Schuh zu kommen. So, wir sind im Schuh. So, Zauberle. So. Dann spar wieder hoch. Gas geben. Und wir salutieren. Überall da am hoch. Uiuiuiuiui. So. Fahr berg hoch. Flaps auf Auto. Und wir sind weg vom Träger. Hat auch gut funktioniert. So. So. Weil ich jetzt bei landen will, will ich erstmal diese blöden... Bomben weg haben. Na, das war nichts. Warum macht er das nicht? Na ja. Gut. Wir sind jetzt ziemlich weit oben. Gehen wir wieder runter. So. Wir wollen nämlich gleich wieder landen und dann mal schauen, ob das klappt hier. So. Ein Vorschiff. Und da hinten sind die anderen Schiffe. So. Wo ist mein Träger? Da drüben ist mein Träger. Aber irgendwie sollte das doch funktionieren. Dann lande ich halt wieder mit Bomben dran. Wenn es schief geht, ja, ich halte den Träger in die Luft. Macht auch nichts. Gehen, wir sind auf. Gehen, auf. Gehen, in. Gehen, auf. Keine Ahnung Aber gut Dann landen wir halt wieder mit Bomben dran So 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 3-0x Portico 11.5 Und Nicht vergessen den Hook auszufahren. Rotes Blinklicht, das heißt wir sind noch nicht auf dem richtigen Kurs. Erst beim grünen Blinklicht sind wir auf Landebahn Kurs. Da ist das gelbe und da ist das grüne. So. Und dann mit der Geschwindigkeit. Und dann mit der Nase ein bisschen. Ein bisschen höher. Ja komm, los, 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 komm hoch. Du ärgerst mich, hm? Na, das geht schief. Oder auch nicht. Ich bin voll fokussiert auf was auch immer. Wir stürzen uns dann auf den Träger. Oh, die Landebahn sieht gut aus. Guuuut. Hat doch funktioniert. Wow. Guck hoch. Scheiben hoch. Bisschen Gas geben, dass wir hier noch eine Hydraulik haben. Na, das macht er nur, wenn die Klappen auf halb stehen. Okay. Fand ich jetzt nicht mal schlecht. So, Triebweg gehen runter. Raube geht hoch. Wir bremsen noch mal kurz hier. Und nachdem das Triebweg runter gefahren ist, machen wir die Batterien aus. So, so schnell geht's. Okay, das war's schon. Tschüss. Euer Ali. Tschüss. Tschüss. Das war's schon mal. Hermann Hotch wie. Das war's schon mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020